Musik Als ich mal im Spaß mehr Kosakenchor noch gesungen hatte, so vor zehn Jahren, da war ein alter Russe, der sagte zu mir, »Ivan Pavlovich, wenn du willst machen Karriere, und du willst machen Karriere mit russischem Lied, dann darfst du nur singen in russischer Sprache.« »Gubbitye Bublitschki« »Gabarashje Bublitschki« »Gabarashje Bublitschki« »Gabarashkaran« »Gabarashje Bublitschki« »Gabarashje Bublitschki« »Gabarashje Bublitschki« »Ich habe mich zunächst mal spezialisiert auf die russische Folklore. Dass sie nun kommerziell geworden ist, eigentlich so einer Art kommerzieller Musik, was mir viele übernehmen, ja das weiß ich nicht.« Ich bin ja kein Schaumann-Typ. Ich bin kein Rock Hudson, ich bin auch kein Roy Black und kein Tom Jones. Ich bin halt eine prähistorische Erscheinung, ein Fossil, möchte ich beinahe sagen. Und kein Mensch hat damit rechnen können, dass das einmal ein so großer Erfolg wird. Ich bin ja kein Schaumann-Typ.